Da sehen wir dann unsere... Hey, ne Grille, das ist ja cool. Aha. Ja, ich mit einem Jetpack. Gleich. Zumindest. Ja, die Ziele einsammeln mit dem Jetpack, ist klar. Das dauert immer ein bisschen. Nein, abgesoffen. Scheiße. Was ihr gerade nicht gesehen habt, ein Ziel bringt 0,13 Punkte oder wie auch immer. Und, äh, ja. Daran kann man sich dann orientieren, wie viele Punkte man kriegt. So. Na, das ist doch schon mal eine kombinierte Steuerung, die man nutzen kann. Also ich steuere jetzt nur minimal mit den Pfeiltasten. Ich gucke einfach in die Richtung, wo das Ziel ist und fliege dann einfach dahin. Weil das... Ich finde das wesentlich einfacher, als dann die ganze Zeit mit den Tasten zu korrigieren. Die Blasmaster 3000, Earthling. Ja, schön. Die Blasmaster 3000, Earthling. Okay, das nächste dürfte irgendwo... Ich sehe es nicht, aber... Hm, klasse. Da ist es. Hm. Genial. Was kann ich denn hier noch anstellen? Ja, gar nichts kann ich mehr machen. Ich hänge fest. Obwohl ich da hätte raus... Hier rauskommen könnte. Blöde Sache. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich sehe. So wie terminate es, eigentlich aber... Vielen Dank.